Hallo und herzlich willkommen zum Wort des Tages. Vor einiger Zeit habe ich dieses Buch hier von Mutter Teresa gelesen. Dieses Buch ist voller kleiner, voller großer Wunder. Es erzählt von unglaublicher Ausbeutung von Menschen. Es erzählt aber von einer mutigen Frau, die ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzt, die aus dem Glauben heraus lebt, Tag ein, Tag aus. Eine kleine, ganz schwache, zierliche Person hat ein ganzes Land, hat eine ganze Welt verändert. Eines ihrer Gedichte will ich euch heute Morgen als Wort des Tages mitgeben. Es hängt auch an ihrem ersten Kinderheim, was sie gebaut hat. Und es hat sie immer und immer wieder geprägt in ihrem Leben. Die Worte von Mutter Teresa lauten Menschen sind oft verstockt, untreu und egoistisch. Verzeih ihn trotzdem. Wenn du großzügig bist, wirst du vielleicht beschuldigt, dies aus Eigennützigkeit zu tun. Sei trotzdem großzügig. Wenn du erfolgreich bist, wirst du falsche Freunde und echte Feinde haben. Sei trotzdem erfolgreich. Wenn du ehrlich und aufrichtig bist, werden Menschen dich vielleicht ausnutzen. Sei trotzdem ehrlich und aufrichtig. Das, wofür du Jahre gebraucht hast, um es aufzubauen, kann ein anderer innerhalb von einer Nacht kaputt machen. Baue trotzdem. Wenn du Frieden und Glück findest und vielleicht ein anderer eifersüchtig wirst, sei trotzdem glücklich. Das, was du heute Gutes tust, ist vielleicht morgen schon wieder vergessen. Tu trotzdem Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast, auch wenn es vielleicht nicht ausreicht. Trotzdem das Beste tun. Und schlussendlich ist es eine Sache zwischen dir und Gott. Es war im Grunde nie eine Sache zwischen dir und anderen Menschen, sondern immer zwischen dir und Gott eine Sache. Ganz einfache Worte mit einer hohen Aussagekraft. Es geht darum, mit Gott in Kontakt zu sein. Zu überlegen, welche Pläne er für mein Leben hat. Denn schön mit den schweren Dingen. Mit Dingen, wo ich neu herausgefordert werde. Es gilt darum, sich ermutigen und trösten zu lassen von ihm. Gott möchte nicht einfach irgendeine Randerscheinung sein. Er möchte mitten hinein in meinen Alltag. Mitten hinein vielleicht auch in mein Chaos, in meine Verzweiflung dieser Corona-Krise, in meine Überfordertheit, Homeoffice, Schulkinder, Essen kochen und vieles andere. An Gott finde ich faszinierend, dass er mich als Mensch mag und unglaubliches Interesse an mir hat. Dass er nicht danach schaut, wie viel Geld auf meinem Konto ist. Dass er nicht danach schaut, wie groß mein Haus, mein Auto ist, wie viele Follower ich habe und vieles andere. Gott schaut auf mein Herz und erkennt, ob ich es gut meine. Er sagt, komm, wir packen es zusammen an. Und trotzdem, so wie es Mutter Teresa gesagt hat, trotzdem wird es gut werden. Mutter Teresa hat das gespürt. Wie Gott es mit ihr gut meint. Dann, wenn sie am Boden lag, dann verzweifelt war. Aber auch in den Momenten, wo sie voller Freude, voll glücklich sein war. Sie hat Gott in ihrem Leben einen hohen Wert gegeben. Und er hat es ihr Stück für Stück zurückgegeben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Worte von Mutter Teresa vielleicht einfach nochmal hören. Und überlegen, was in ihrem Leben dran sein kann. Seien Sie behütet. Ausgabe es nicht. Untertitelung. BR 2018